Hallo zusammen, Thomas Hintze hier von der RAW Akademie. Weil sich das nach der letzten Folge von Lightroom to Go viele von euch gewünscht haben, zeige ich euch heute, wie ihr den Ken Burns Effekt richtig professionell mit DaVinci Resolve umsetzen könnt. In der letzten Woche habe ich euch gezeigt, wie ihr in Lightroom mit dem Ken Burns Effekt eure Diashows richtig cool aufpeppen könnt. Und viele von euch wollten wissen, wie ich die Diashow auf den Musiktakt schneide mit der Video-Software DaVinci Resolve, die ich für meine Videoproduktion benutze. Und das möchte ich euch heute quasi als Lightroom to Go Special zum Ken Burns Effekt gerne zeigen. Und ich bin jetzt auch schon mal hier in der Software drin. Das sieht jetzt erstmal nicht sehr spektakulär aus. Und bevor ich euch die Schritte zeige, mit denen ihr die Bildabfolge oder im Grunde auch Videos natürlich auf den Musiktakt schneiden könnt, noch so ein paar erste Informationen vielleicht zu DaVinci Resolve vorab. Denn viele kennen das Programm gar nicht. Die meisten von euch haben sicherlich schon einmal von Adobe Premiere gehört. Der Videoschnittsoftware von Adobe oder vielleicht auch Magix ist auch in Deutschland sehr bekannt und noch ein paar andere Programme. DaVinci Resolve ist im Prinzip so das Photoshop für die Videobearbeitung. Also es gibt kein Programm oder kein besseres Programm, mit dem man vor allen Dingen das ganze Thema Color Grading, also quasi die Bildbearbeitung für Videoclips machen kann. Und ich spring da gerade mal rein und das sieht auch schon ein bisschen komplizierter aus. Und hier gibt es eine unglaublich große Anzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten, die wirklich fast eigentlich an Photoshop oder zumindest an Lightroom grenzen. Da muss man sich am Anfang auch erst einmal ein bisschen Zeit nehmen, um sich damit vertraut zu machen. Aber so kompliziert, wie gesagt, soll es ja heute gar nicht sein. Entscheidend ist aber vor allen Dingen, dass DaVinci Resolve in der einfachen Version, wobei einfach in Anführungsstrichen steht, kostenfrei ist. Und damit kommt ja eigentlich für nahezu alle Anwendungsfälle, auch wirklich für den professionellen Videoschnitt klar. Es gibt noch eine kostenpflichtige Studieversion, die kann dann noch mehr, wie das Bearbeiten von 3D-Effekten, Rauschreduzierung, HDR-Bearbeitung und ähnliche Dinge. Die hat bis vor wenigen Tagen, hat die Profit-Version 1000 Euro gekostet. Und mit der angekündigten Version 14, die jetzt gerade in Vorbereitung ist, die dann zusätzlich noch eine sehr ausgefeilte Audio-Bearbeitung hat, die es bisher nicht gab, hat die Firma Blackmagic Design, von der die Software DaVinci Resolve ist, den Preis auf etwa 300 Euro gesenkt. Also das ist eine absolute Kampfansage an Adobe Premiere, an Magix Video Pro X und so weiter. Also das ist wirklich, wenn ihr vorhabt, euch mit Videoschnitt im Frühjahr oder später zu beschäftigen, also ist wirklich mein Tipp, guckt euch auf jeden Fall DaVinci Resolve an. Wie gesagt, es ist grundsätzlich kostenlos. Die 300 Euro muss man in den seltensten Fällen bezahlen und sogar bis 4K Videomaterial könnt ihr mit der kostenfreien Version schneiden. So, das zur Vorrede. Natürlich noch ein Hinweis, wo könnt ihr DaVinci Resolve runterladen. Ich habe euch hier mal die Webadresse aufgemacht, das ist von der Firma Blackmagic Design und da gibt es ein paar Informationen und vor allem, wie gesagt, könnt ihr euch da auch die Version 2.5.5, das ist die aktuelle Version, oder eben auch die Beta-Version der zukünftigen Version 14 runterladen. Gut, so viel zu DaVinci Resolve, jetzt aber wirklich zum Ken Burns-Effekt, beziehungsweise zum Ken Burns-Effekt mit einer Videoabfolge, die auf den Takt geschnitten ist. Und natürlich, was brauchen wir? Wir brauchen, einmal brauchen wir Bilder. Das sind hier die Bilder, die ihr auch schon gesehen habt in der letzten Woche in der Videoshow. Und wir brauchen natürlich die Musik. Das ist auch hier genau das gleiche Musikstück, habe ich wieder rausgesucht. Ich spiele das mal an. So. Diejenigen von euch, die das schon gesehen haben, erkennen die Musik wieder. Und das sind die beiden Elemente, oder im Prinzip die Elemente, die wir brauchen. Und falls ihr noch keine Erfahrung mit DaVinci Resolve habt, und bevor ihr euch jetzt dann stundenlang einarbeiten müsst, wie kommt ihr letztendlich dahin? Das sieht so aus, wenn ihr DaVinci Resolve öffnet, gibt es den Projektmanager, da könnt ihr entweder hier über New Folder ein neues Projekt anlegen, beziehungsweise müsst ihr eins anlegen. Ich habe natürlich schon eins, das nennt sich hier dann bei mir Ken Burns, und dann gehe ich da rein, und dann sind wir genau da, wo ich eben jetzt auch bin. Und dann gibt es eine Ansicht, die sieht dann ungefähr so aus. So, da gibt es dann eben einmal die gesamte Ordnerstruktur auf eurem Rechner, und ihr könnt euch hier sogenannte Bins, also einen Ordner anlegen, und damit dann auch eine ganze Ordnerstruktur mit Unterordnern, wie man das beispielsweise auch aus Lightroom kennt. So, und das Erste, um jetzt die Musik auf Takt zu schneiden, ist natürlich, die Bildabfolge auf Takt zu schneiden, ist natürlich die Musik auf Takt zu schneiden, beziehungsweise die Musiktakte festzulegen, auf die dann die Bildabfolge drauf soll. Und genau das mache ich jetzt mal. Dazu müsst ihr in DaVinci Resolve in den Edit-Modus gehen, und hier gibt es dann die sogenannte Timeline. Also hier liegen dann sowohl die Audio- als auch die Videospur oder Spuren, die letztendlich dann das gesamte Video ausmachen. Um eine neue Timeline anzulegen, in der dann eben die Audio- und Videoelemente zusammenkommen, müsst ihr nichts weiter tun, als auf File zu gehen und dann einfach hier New Timeline anzuklicken. Können natürlich auch Ctrl-N drücken. Und dann sieht das Ganze genau so aus wie jetzt hier. Und um jetzt die Audio-Datei da reinzukriegen, klicke ich einfach hier nochmal auf Media Pool. Dann kriege ich noch eine kleinere Ansicht der Medienansicht und kann mir jetzt hier bei Musik einfach die Musik greifen, mit dem linken Maus das da anklicken, hier rüberziehen und einfach fallen lassen. Dann brauche ich das aktuell nicht mehr, dann mache ich das wieder zu. Und dann habe ich hier die komplette Displaybreite zum Bearbeiten der Timeline. Und das Erste, was ihr auf jeden Fall machen müsst, wenn ihr ein Musikstück auf Takt schneiden wollt, ihr müsst euch das wirklich mal ein- oder zweimal komplett anhören, damit ihr so eine Idee bekommt und ein Gefühl, wo möchtet ihr gerne später die Bildabfolge oder auch die Videosequenzen wechseln lassen. An welchen Musiktakten soll das passieren? Um jetzt die Musiktakte zu markieren, damit ihr auch später genau wisst, wo ist wirklich dann auch der Video oder eben in dem Fall der Bildwechsel, könnt ihr solche Rastmarker setzen hier. Das sind hier diese Dinger, die mit dem Pfeil so einen kleinen Pfeil nach unten haben. Und genau das mache ich jetzt mal, um mich zu zeigen, wie das geht. Ich mache das jetzt nicht für das gesamte Video, sondern ich mache das gleich mal für ein, zwei Bilder. Ich habe jetzt die Audiospur markiert, gehe an den Anfang, bzw. bin hier schon an dem Anfang und mit der Leertaste kann man das Abspielen der gesamten Timeline sowohl starten als auch gleichzeitig stoppen. So, und mit M, das mache ich dann gleich, werde ich mir dann die Takte markieren, wo ich gerne dann den Bildwechsel haben möchte. Also, ich drücke jetzt einfach nur die Leertaste und dann geht's los. So, das sollte reichen und ihr habt gesehen, ich habe ja auch einmal zu früh gedrückt. Ich spiele das gerade nochmal ab, einer davon ist der falsche. So, da bei der Bassdrum, da soll es passieren. Dann nehme ich den wieder weg, also einfach anklicken und mit der Löschen-Taste löschen. Um jetzt auch die Position der Marker noch ein bisschen zu verfeinern, damit die wirklich genau in der richtigen Stelle sitzen, kann man hier die Ansicht der Timeline mit STRG-Plus vergrößern oder eben auch mit STRG-Minus verkleinern. In dem Fall brauche ich es aber größer, das ist zu groß. Und dann spiele ich mir den Bereich einfach nochmal ab, gehe da hin, spiele mir den Bereich gerade nochmal ab und kann jetzt sehen und hören, ob der Marker auch wirklich an der Bassdrum, wo die einsetzt, sitzt. Ja, ist ja falsch und die Bassdrum kommt hier, also muss ich den Marker, kann ich den ganz einfach Frame für Frame dann hier nach links verschieben. So, jetzt gucke ich, probiere ich das nochmal. So, jetzt sitzt er richtig, gucken wir mal, ob der nächste richtig passt. Da setzt es ein, also da war ich auch zu langsam, das heißt, er kann um einiges weiter vor. Und das Schöne bei DaVinci Resolve ist, ich schiebe den nochmal hier zur Seite. Es gibt diese Snapping-Funktion, also das ist hier symbolisiert durch das Hufeisen oder besser gesagt durch den Magnet und wenn der hell ist, dann ist er aktiv und die ganzen Elemente rasten immer in entsprechenden Positionen ein. Das heißt hier diese Abspielmarke, wenn ich die jetzt ziehe, rastet die automatisch dann auf dem nächsten Marker ein oder eben der Marker rastet bei der Abspielmarke ein, je nachdem welches Element man bewegt, so dass man also hier sehr schön und sehr sauber auch mit schon bereits gesetzten Schnitten oder eben auch Markern arbeiten kann. Ich nehme das jetzt hier nochmal weg und spiele es nochmal ab. Also der muss definitiv hier hin, beziehungsweise macht es nochmal besser, ich schiebe den nochmal weg. Da, da kommt er und wenn ich jetzt den Marker da hinsetze, zack, rastet der automatisch ein. Und so könnt ihr dann Takt für Takt, wo ihr die Bild- oder Videosequenz wechseln lassen wollt, könnt ihr das Ganze dann wirklich ganz innen genau positionieren. Und das macht ihr dann, wie gesagt, für so viele Takte und für so viele Videosequenzen und Bilder, die ihr habt. Und dann sind wir im Prinzip auch schon, was das angeht, fertig. Damit habt ihr also die Taktmarken gesetzt und jetzt kommen schon die Bilder dazu. Dazu gehe ich dann nochmal wieder hier oben, bleibe in der Timeline hier, in dem Timeline-Modus, gehe hier wieder in den Media-Pool, wechsle hier auf Bilder und hole mir jetzt einfach die Bilder hier rein, die ich brauche. Und das Schöne im Übrigen ist auch, dass DaVinci Resolve automatisch erkennt, ob es sich um eine Video- oder eine Audiodatei handelt und dementsprechend werden die Clips bzw. die einzelnen Medien-Elemente auch an der richtigen Stelle hier in der Timeline abgelegt. Also ich habe gar keine Möglichkeit, das hier unten abzulegen, dann weigert er sich, da tut er nichts. Aber sobald ich hier im Videobereich bin, hier steht links Video, bietet er mir an, den Clip, das Bild hier abzulegen. Das schiebe ich jetzt ganz an den Anfang und jetzt haben wir wieder die Rastfunktion. Ich nehme jetzt einmal hier die andere Marke weg und wenn ich jetzt hier diese Doppelklammer habe, kann ich die Ecke anfassen, ziehe das einfach nur hier rüber und zack, ihr seht das auch mit dieser Linie, rastet automatisch das Bild hier ein und passt exakt zu der Marke und genau zu dem Taktwechsel. So, und das mache ich jetzt genau für die Bilder, die ich mir hier ausgewählt habe. Also einmal hier die Rezeption des Volkwangmuseums, das zweite hier der Blick auf die Villa Hügel. Hier muss ich es ein bisschen kleiner machen und hier, ihr seht das, rastet es auch wieder ein und so weiter und so fort. Ich mache das jetzt nur für die zwei Bilder, will euch ja im Wesentlichen den Ken Burns Effect zeigen und das lässt sich mit den beiden Bildern machen. Und damit hätten wir im Prinzip auch schon die Musikstücke auf Takt geschnitten und meine Empfehlung, wenn ihr das gemacht habt, bevor ihr dann den Ken Burns Effect selber noch auf die einzelnen Bilder anwendet, einfach nochmal an den Anfang gehen und wirklich auch gucken und in dem Fall hier auf das Abspielfenster, ob dann jetzt wirklich der Bildwechsel exakt auf den Taktwechsel passt. Also einfach nochmal, wie gesagt, an den Anfang gehen, bin ich schon, mit der Leertaste drücken und dann nochmal abspielen. So, war für meinen Geschmack ein bisschen zu früh. Hier muss man noch ein kleines bisschen nacharbeiten. Das heißt wahrscheinlich, dass die Marke hier ein bisschen zu weit, ja, die sitzt auch ein bisschen zu weit hinten. Habe ich unsauber gearbeitet. Na, lässt sie sich anfassen. Schiebt das mal beiseite. Jetzt die Marke anfassen. Da ist sie. Okay, so, das Ganze nochmal probieren. Na, das war zu schnell. Nochmal. Perfekt. Also hat genau gepasst in dem Moment. Und genau so macht ihr das dann für sämtliche Bilder, respektive sämtliche Videosequenzen, mit denen das natürlich auch geht. So, und der letzte Schritt, nachdem ich jetzt die Takte gesetzt habe, nachdem ich die Bilder passend zu den Musiktakten in Länge geschnitten oder positioniert habe, kommt jetzt tatsächlich der Can-Burns-Effekt. Dazu markiere ich mir in dem Fall das erste Bild. So, der ist im Prinzip schon eingeschaltet. Ich schalte ihn auch mal aus. Dann seht ihr auch immer, das, was markiert ist, kriegt so einen roten Rahmen hier. Und gehe hier auf den Inspektor. Der Inspektor ist im Prinzip so ein kontextsensitives Menü, das immer Möglichkeiten der Beeinflussung oder der Anpassung bietet zu dem jeweiligen Element, was gerade angeklickt ist. Und das ist natürlich hier ein Bild. Und um den Can-Burns-Effekt zu aktivieren, klickt man in DaVinci Resolve auf Dynamic Zoom. Das ist per se nicht aktiv. Und um es zu aktivieren, einfach hier auf diesen weißen Punkt klicken. So, und dann ist es aktiv. Dann hat sich da auch schon was geändert. Und das hat gleich auch einen Grund, das sehen wir. Und dann steht das erstmal auf Linear. Zeige ich euch gerade mal. Das sieht dann also in der statischen Variante so aus. So, jetzt zoomt er ins Bild, aus dem Bild raus. So, und die zweite Option, die wir brauchen, um jetzt genau auch zu beeinflussen, ob in das Bild hineingezoomt wird, aus dem Bild herausgezoomt wird, oder ob wir so eine virtuelle Kamerafahrt machen können, das befindet sich dann hier unter diesem kleinen Dreieck. Und hier steht auch nochmal Dynamic Zoom. Also dieser Bereich, Dynamic Zoom, gehört nämlich dann dazu. So, wenn ich das hier angebe, dann bekomme ich hier, und ihr seht das, so ein grünes Rechteck. Und was man jetzt schlechter sehen kann, ich mache das mal ein bisschen größer, hier ist noch so ein rotes Rechteck drumherum. Und das heißt, das grüne Rechteck ist der Anfangsbereich, da fängt die Kamerafahrt an. Und der rote Bereich ist der Bereich, wo die Kamerafahrt für die eingestellte Länge aufhört. Und ihr könnt den Bereich jeweils in den Ecken anfassen und könnt das Rechteck kleiner machen. Das geht in dem Fall auch nur symmetrisch. Ihr könnt das kleiner oder größer machen und ihr könnt das überall hinschieben, wo ihr wollt. Sodass dann genau diese virtuelle Kamerafahrt entsteht. Wenn ich nämlich dieses grüne Rechteck hier links unten in die Ecke schiebe, dann fängt gleich die Sequenz genau mit diesem grünen Ausschnitt an und fährt im Prinzip so ein bisschen an dem Bild vorbei, um es dann eben komplett ins Bild zu holen. Auch das zeige ich euch nochmal. So, ihr seht, es schwenkt jetzt nach rechts rüber und zoomt komplett aus dem Bild dabei raus. Und dabei entsteht so dieser Effekt dieser virtuellen Kamerafahrt. Und das Schöne ist, dadurch, dass man das frei positionieren kann, das ist noch ein bisschen kleiner, könnt ihr also wirklich genau bestimmen, von wo nach wo die Kamerafahrt, diese zusätzliche Kamerafahrt stattfindet. So, und was wir jetzt hier aktuell haben, es wird aus dem Bild herausgezoomt. Und wenn ihr eben das Bild hineinzoomen wollt, müsst ihr einfach hier bei Dynamic Zoom auf Swap klicken. Dann kippt der ganze Kram um. Dann ist nämlich der Anfangsausschnitt der gesamte Ausschnitt und der Zielausschnitt, also da, wo die Videosequenz enden soll oder enden wird, ist dieser Bereich. Das heißt, das wäre jetzt ein Ken Burns-Effekt, wo nicht aus dem Bild herausgezoomt wird, sondern in das Bild hinein. Auch das zeige ich euch nochmal. Gut, es fährt da rein. Bis er dann wirklich in dem Bereich ankommt, wo dieser rote Rahmen gerade war. Gut, und um den Ken Burns-Effekt hier an der Stelle abzuschließen, gibt es noch eine Ergänzung. Ihr habt außer diesem Linearen, das heißt, linear heißt, der Zoom-Effekt ist gleichbleibend in seiner Geschwindigkeit über das jeweilige Bild, gibt es zusätzlich die Option zu sagen, Ease In, Ease Out und Ease In and Out. Ease In heißt, dass am Anfang der Videosequenz, am Anfang des Bildes etwas langsamer gesoomt wird, um dann auf die finale Zoom-Geschwindigkeit zu springen. Und bei Ease Out ist es genau das Gegenteil. Da verlangsamt sich dieser Zoom-Effekt zum Ende des jeweiligen Bildes. Oder ihr könnt natürlich beides miteinander kombinieren. Das ist dann Ease In und Ease Out. Das sind also jetzt die Möglichkeiten, die ihr per Standard in DaVinci Resolve habt, um den Ken Burns-Effekt einmal anzuwenden, aber, und das finde ich eben ganz schick, ganz besonders vor allen Dingen auch zu beeinflussen. Denn was wirklich sehr elegant ist, beispielsweise, wenn ihr das erste Bild, wenn ihr in das erste Bild hineinzoomen lasst, dann lasst ihr bei dem zweiten Bild wieder hinausszoomen. So kann man dann also einen schönen Wechsel zwischen rein- und rauszoomen und eine sehr harmonische Abfolge auch erzeugen. Ihr habt die Möglichkeit, je nachdem, wie lang der jeweilige Ausschnitt ist, wie lang das Bild eingeblendet wird oder auch die Videosequenz, könnt ihr durch die Größe des Fensters hier oder die Größe der Fenster zueinander, also hier das Grüne zu dem Roten, könnt ihr beeinflussen, wie schnell diese Zoom-Fahrt stattfindet. Also wenn ich das jetzt hier ganz klein mache, dann muss ich natürlich DaVinci Resolve beziehungsweise die Videosequenz ziemlich beeilen, um das Bild voll aufzuziehen. Ich zeige euch auch das nochmal. So, dann geht das natürlich wesentlich schneller. Also ihr habt hier die Option, nicht nur zu bestimmen, von wo nach wo die Kamera stattfindet, ob es am Anfang und oder am Ende langsamer ist, sondern ihr könnt ganz genau bestimmen, auch wie die Kamerafahrt verläuft, aus welcher Richtung. Man kann es sogar so machen, von oben nach unten, von unten nach oben. und ihr könnt die Geschwindigkeit dieser Zoom-Fahrt auch noch beeinflussen, indem ihr, wie gesagt, das Startdreieck in seiner Größe verändert. Das waren jetzt die Möglichkeiten, die ihr in DaVinci Resolve habt, den Ken Burns-Effekt wirklich sehr flexibel und sehr variabel auf eure Diashow zu legen. Und um euch nochmal zu zeigen, wie das Ganze dann zum Schluss aussehen kann, auch mit Titeln beispielsweise, die ich euch jetzt gar nicht noch zeigen will, weil das wurde viel zu kompliziert und auch viel zu lange dauern, zeige ich euch zum Abschluss nochmal die gesamte Diashow, wie die dann am Ende bei mir aussieht. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rumprobieren eurer Bilder und eurer Musikstücke in DaVinci Resolve oder auch natürlich in der anderen Videosoftware, wo auch die Möglichkeit besteht, diesen Ken Burns-Effekt anzuwenden. Das war's für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter und abonniert ROR TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche mit einer neuen Folge von Lightroom2go.